Heute ist hier das zehnjährige Jubiläum der Stiftung von der Haspa, die sehr viele coole Sachen macht im Rahmen der Musikförderung. Daher war es einfach eine sehr sehr gute Schnittstelle, um zu connecten, weil wir eben letztendlich das Gleiche machen mit den Inhalten. Wir vermitteln die Skills und die haben eine Struktur, um den Leuten mit den Skills zu helfen. Perfektes Wetter hier in Hamburg City, blauer Himmel. Davon haben wir vier Tage höchstens im Jahr. Die Kids machen gerade hier einen Soundcheck. Wir gehen gleich auf die Bühne, werden das hier rocken. Let's go! Wir haben diese Roadshow ins Leben gerufen, weil wir gerne wirklich quer durch Hamburg gehen wollen mit unserem tollen Musikfan und auf dieser Bühne von dem Band unsere Förderpartner präsentieren möchten. Musik ist für mich sein eigener Superhead zu sein. Musik ist für mich, wenn wir gerne in der Musik auf die Bühne von der 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 Bühne Untertitelung des ZDF, 2020